Ich bin die Gabi und bin seit 30 Jahren Friseurin hier im Donau Ries. Ich habe in all den Jahren festgestellt, ich passe genauso gut zum Donau Ries wie das Donau Ries zu mir. Hier draußen finde ich zu mir selbst, kann einfach mal abschalten und entspannen. Meine Familie ist mir das Wichtigste. Mit ihr möchte ich an einem Ort leben, an dem sie sich wohl fühlt und frei entfalten kann. Ich kann wirklich sagen, ich habe mein Glück in Donau Ries gefunden. Ich bin die Stadt. Diese Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Tschüssi! Untertitelung des ZDF, 2020